Hallo liebe Pony Club Freunde, ich bin auf dem Weg in den Stall. Draußen ist die absolute Nebelsuppe. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund seht. Ja, ich hoffe, das Wetter wird besser. Die Sonne scheint zwar. Jetzt mal schauen, wie es nachher im Stall aussieht. Es sind ja doch ein paar Kilometer dazwischen, zwischen zu Hause und dem Stall. Und ja, Pony, Poppy, alle mit dabei. Hallo, ihr Lieben, wie ihr seht, sind wir im Stall angekommen. Da ist der Janosch und die Lexi und da oben steht der Hiro. Genau, und wir werden jetzt mal hier die Sauerei beseitigen. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Bis dann. Nachdem Marie ein bisschen geritten ist, hat sie jetzt dem Hiro den Schweif mal eingeschäumt. Der ist richtig, richtig dreckig, wegen seinem Kotwasser. Und wir haben schon die Hufe abgespritzt, die Gelenke nass gemacht. Ja, und jetzt wird erstmal die Pampe da rausgewaschen. Boah, schau dir mal den Schaum an. Bäh. So, jetzt den ganzen Dreck wieder raus. Den ganzen Schaum wieder raus. Gott sei Dank ist es so schönes Wetter. Ich zeige euch das mal. Strahlen, blauer Himmel, es ist so toll. Genau. So, jetzt den ganzen Dreck. 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 Vielen Dank.